Jo Leute, was geht und willkommen zu einer neuen und weiteren Folge Rainbow Six Siege, diesmal auf Clubhouse mit dem altbekannten Trupp Ares, Sarah, Noaim und Olaf. Ja Leute, wie geht's, wie steht's? Ja, ja. Mensch, wie beautiful die Anmacht war. Ich glaube, das war jetzt... Ich glaube, ich hatte gerade das Gefühl, dass auf einmal entweder mein Internet kurz hing oder so. Irgendwann war es so schnell hintereinander gesagt. Du hast jetzt so schnell geredet, oder? Ja, ich war halt mein Internet weg. Ich glaube, ich redet immer ein bisschen. Ja, zwei, drei, drei. Und das kriegen wir schon super gut. Ja, so, so. Ich lerne. Ja. So, jetzt, let's go. So, ich habe... Bandage-Mandage dabei. Ja, muss ein bisschen aufpassen. Ich dachte gerade schon, Olaf hat fünf Kills schon. Ja. Deswegen wirst du den ganzen Tag heute nicht sehen. Jetzt hat er 20. Oh, wie kann das denn sein? Ja, das sind ja die Punkte, fiel mir dann auch auf. Mhm. Wenn ich heute fünf Kills mache, dann gehe ich in den Feierabend. Ohne Rotation arbeiten heute? Ähm, Mute. Ja. Noch eigentlich mit Rotation, ne? Äh, eine... Ich brauche einen Mute-Jammer hier in, äh, CC. Wo? Ähm, ziemlich nahe Richtung Stairs. Warum? Am besten. Jetzt bin ich gerade am nachfragen wegen Mute. Willst du es nicht lieber an, ähm, an das Drohnenloch stellen? Ne. Der Mute-Jammer soll verhindern gerade, dass die... ...Walls gebriescht werden. Ich bin doch Bandit. Ja. Ich mach doch Active. Doppel-Tape-Weather, vertrau mir einfach. Ja, wenn die Twitch haben, dann ist es gleich hier vorbei. Wenn die Twitch haben, dann ist das so. Ich bin bei dir. Ich hab eher Angst vor dem Bundo, aber ich versuch's ein bisschen zu halten. Ja. Ja. Genau deswegen. Ja, jetzt bieten sie. Ja, bin weg. Jackal, draußen, outside. Bundo. Hey. Mann. Oh, da ist noch einer. Jackal ist noch... Ah, ne. Jackal passt so. Okay. Oh mein Gott. Finger ist noch outside. Linke Seite eher. Äh, äh, Flores ist auf dem Dach. Ja, ja. Oh Mann, ich treff aber auch nächstes. Mann. Flores auf dem Dach. Ist gedroppt. Wahrscheinlich outside. Ja, outside Jacuzzi. Finca, rechte Seite. Ich hab uns alles weggenommen. Auch Flores, for the breach jetzt. Ich sag Bescheid, wenn sie reinkommen. Ähm. Die Drone. Kommt hin... Also... Fährt gerade in den Gym rein. Ja, ist in den Gym rein. Die Drohne. Einer ist drin. Hier fängt fünf. Geht in den Gym rein. Ah, schon zwei. Aber die hatten noch gar nicht Twitch dabei, oder? Nein, die hatten doch... Nein, die haben eine Granate durch, äh, durchs Drohnenloch geschmissen. Ja, das... Dadurch war der Mew Jammer weg. Und dann wurde ich von Jekyll, von, äh, Gym, ähm, Window weggeholt. Scheiße. Ja, egal. Machen wir nochmal. Deswegen konnte ich den Briech nicht zuhalten. Diesmal in schön, liebe Leute. Ich nehm Castle mit. Was? Ich will nicht mehr nötig. Ich höre das nämlich nicht, wo die Distincts sind. Dann haben wir nichts, um den Briech zuzuhalten, richtig? Ich versuche es ein bisschen mit Tuber zu halten, aber... Okay. Ja. Ich mach die Castle Wall aber erst später hin, dass die... Dass sie nicht raffen, wo ich die hinsetze. Du hast Bock auf ein Überraschungsmoment. Ja. Überraschung, Surprise. Oh, nice. Oh, ja. Schmackhaft. Du, eigentlich bist du sehr leise? Ah, ich hätte wegheckt. Ich spreche ins Mikrofon, also... Ah, jetzt? Nee, ich kann auch nicht so keine Ahnung. Gefühlt sind meine In-Game-Sounds lauter als Neuem. Alles ist lauter als Neuem. Was? Ich hör dich nicht, meine In-Game-Sounds sind so laut. Etwas. Ähm... Soll ich irgendwo... ...noch aufmachen oder so? Ja, ich... Ich lege gerade. Vielleicht hier so für die Füße? Mhm. So. Genau. Ja. Nur so oder komplett die ganze Reihe? Nee, das... Ich würde sagen, das passt so erstmal. Ja, die werden wieder das gleiche arbeiten... äh, abarbeiten. Okay, nee, komm bei mir tatsächlich diesmal rein. Das heißt, bei dir? CC. Ich mutier jetzt mal nicht. Nee, nee. Wenn ich sterbe, geh ich drauf... äh, sterbe, sterbe ich halt. Die sind bei mir... bei uns vom Breach auch. Also auch noch auf dem Dach, aber ich denke mal, die werden gleich... Ja, die drohen mich schon aus. Ich hab einen... von CC weg. Outside CC Window. Office. Office Hatch ist offen. Ich kann Colin, wenn der Orange springt. Wir haben einen Fioris wieder. Komm, CC. Fioris... Hier wird auch gebreached. Construction. Einer ist Office gedroppt. Geht jetzt langsam zur Tür. Ist jetzt links. Ist jetzt hier auf Bing. Abdeb' you. Abdeb' you. Fioris dead. Sehr schön, Olaf. Hm. Letztes Outset. Oh! Nice. Ja, nice. Wie war das? Ich treff doch nix. Hör mal telefonierst einen weg. Ja, gut. Boah, direkt vor die Füße. Ja, ich hab die auch abgelenkt. Ja, ich hab die auch abgelenkt. Die war auch gar nicht fokussiert auf das Windows. Ja, ich hab sie da schon glücklich gesehen. Scheinbar. Die hat jetzt tatsächlich keinen Bock mehr auf das Telefon. Die hat sich dann tatsächlich gedacht so, ja okay, dann lass ich mich halt auch sprechen. Aber mit Castle kam sie gar nicht klar irgendwie, ne? Dann nehm ich Castle halt nochmal mit, ist kein Problem. Ich würde das krass belassen, dass die wirklich meine kompletten Stammys rausgenommen haben. Ja. Den kleinen Schwanzkrabscher, ey. Oh mein Gott. Ich glaub, ihr bringt den Bridge eh auf. Ja. Oh nein, der Tief ist zurück. Aber nicht rechtzeitig. Oder? Doch. So, weiße. Ungünstig. Deswegen lädt's jetzt auch wahrscheinlich die ganze Zeit. Ich hätt den früheren telefonieren müssen. Hä, ne, war doch perfekt. Ja, ne, sind zwar nicht mehr reingekommen. In dieses Match. Alles gut. Achso. Für die Runde. Aber das ist okay, Olaf. Du hast ein Thema. Ja, du kannst auch gern wieder gehen. Ist kein Problem. Jetzt halt doch nicht den Laden auf. Mal hier in den Tüten. Toxic. Mäh. So Mäh hat gesprochen. Macht jemand Garage? Also Garage von unten? Jo. Perfekt. So. Ich mach mit. Construction. Single Ball ist. Asami. Barrier hier bitte. Oh nein, 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 nein. Du machst da unten bitte nicht die Tür zu. Nicht die Tür da machen, bitte. Nein, 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 nein. Ja. Asami. Olaf. Wo kommen? Gleich hier Barrier. Keeper. Wohin? Auf Pink. Drei. Wo war da Pink? Beim Drohnenloch, oder? Ja, ja. Jawohl. Ist nicht zu. Ja, ist richtig. Doch, doch. Ist nicht ganz zu, Holt. Ist es? Ne, nicht. Safe. Wenn du von hier guckst, ist hier genug Platz. Wie viel? Oh nein, ja dann. Ja, dann mach ich nochmal. Ich wollte halt nicht den Mute-Germann zerstören. Ja, ist gut. Sind über Strip auf dem Dach, könnten wir eventuell über Schlafzimmer gehen. Hm. Ja, mach ich grad zu. Ja, mach ich grad zu. Über Schlafzimmer. Okay. Ich versuch da mal hin. Ja, Construction hab ich zugemacht. Zugekrasse. Äh, wo sind denn noch Walls draufgegangen? Unten. Alles zu. Okay. Ach, wir haben keine Rotation zur Garage, okay? Soll ich eine machen? Außen käme es alle weg. Ach so. Echt? Loil, Mann! Es wird zu viel gequatscht, meine Fresse. Jekyll ist oben, Bedroom, Hallway. Oh, Mann! Nur eben du rotierst? Ja, ja. Rutschen. Das war's langsam und laut, aber ich krieg das noch. Barrier activated. Wie war das hier im Kopf? Äh, Jekyll ist Construction. Oh mein Gott. Ja, die haben eine Drohne abgestellt. Oh mein Gott. Die ist unten rein. Wo? Stage. Lobby. Keine Ahnung, wo die rein ist. Ja. Wo? Wuhuu. Das ist richtig schicken. Er kann sein Gadget nicht nutzen, da ist ein Biojammer. Fire in Grenade! Der ist in Clear, Sarah. Okay. Ja, ich hab's nicht gehört, dass er drüber gesprungen ist. Man. Nice, da ist noch einer. Oh. Also hier teilweise wird zu viel unnötiger Scheißrequests, irgendwelche Rumdiskutiereien. Und deswegen hab ich Schleckel nicht mitbekommen. So null. Nix gehört. Sorry. Ja, ich hab ihn logistisch gehört. Alles gut. Nur für die Zukunft vielleicht ein bisschen. Eine Runde haben wir geholt, Easy-Fleece. Schlauzeiten, ja? Nicht sooo. Jetzt sei nicht so. Das ist so frechstags. Eine Runde geholt und locker flockig. Was ist denn mit den Gegnern? Ja. Die lieben wieder und dann sind sie wieder da und sein Pink vielleicht? Ne. Vielleicht zocken die nebenbei noch ein bisschen Fortnite oder so. Keine Ahnung. Kann sein, ja doch. Der eine ist schon wieder raus, ne? Ja. Ne, die downloaden wieder irgendwas im Hintergrund wahrscheinlich. Wird er das oder... Der, der schon mal rausgeflogen ist, also... Ja. Eben grade war noch ein anderer weg, also... Ja, ja. Die nehmen sie nicht so viel. Die nehmen sie nicht so viel. Ja, die sind hier oben. Mit Bandit. Aber das sollten wir doch hinkriegen. Äh... Haben wir irgendwas um Elektroscheiße loszuwerden? Äh... Hab ich irgendwo einen PS? Ich hör grad fragen, soll ich Kali mitnehmen? Ich nehm Kali mit, komm. Scheiß drauf. Nimm sie Kali mit und spawns bei mir. Versuch den in das Badezimmer rauszufackeln. Äh... Pass da auf. Wenn du an der Hauptseite rennst. In eurem Bahn wird zusammen von Garage angehelfen. Genau. Können wir machen. Oh, ich schmeiß die hier aus. Okay. Redster sind clear. Ready when you are. Mhm. Wie sieht Cash aus? CC? CC Cash ist auch clear. Sicher? Entschuldigt. Äh... Construction ist jemand. Frost is dead. Sehr schön. Henrya. Friendly rein, Lodgy. Der Bennett is dead. Einer ist hier Office hingegangen. Hinten rein, sagst du? Ja. Ah, äh... Olev, Drohne. Hinter uns. Oh, hinter uns, ja. Hab ihn. Super. Ich werd euch smoken. Jetzt war schon mal ein Dodger. Ja. Sehr schön. Ja, gut. Das war gut. Ich lage hier gerade wieder nur als Supporter rum. Das nervt mich. Wo sind meine Kills? Ich hätte auch natürlich mit der Sniper, aber das war mir ein bisschen zu unsicher. Nö, nö. So wie du's gemacht hast, war optimal. Sehr schön. Ich geh nochmal auf Capitao. Äh... Ich glaube aber... Diesmal sollte ich vielleicht... Oh, nö, 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 nö. Aris. Sei ruhig ein Arschloch. Aber dieses Teil... Du hast jetzt irgendwie ne Liebe am Jackal gefunden, ne? Ja, weil normalerweise ist der Schocko gebankt, da kann man den nicht zocken, ja. Ich nutze das grad einfach mal, ey. Kann ich mir irgendwie von irgendwem ne Claimer abzocken? Ja. Hab keine dabei. So, Gym oder sowas? Irgendwie vom Window Outside? Ja, kann ich machen. Nice. Je nachdem, was sie jetzt spielen, ne? Äh, Gym oder? Ja. Ja, also falls die oben sind, falls die unten sind, dann überdenke ich meinen Operator, glaub ich, auch nochmal. Ja. Also ich geh jetzt mal ganz stabil davon aus, dass die da oben sind, die Schocko Bards. Nein. CC sind sie nicht. Die sind aber oben. Eben grade war einer Logic Office. Na ja, sind, äh, Bedroom wieder, same spot. Okay, alles klar. Mit Warden, mit... Dann brauch ich nur Construction, ähm, Window eine. Oder? Garage. Ja. Haben wieder Frost. Ich hab eine Drohne in Garage. Ja, wir machen Garage Take. Ich bin aber jetzt grad nicht in der Drohne drin. Alles gut. Alter, Spawnpeaker. Wo? Von Bed. Also Bedroom. War irgendwie absehbar. Ja, Warden, Alter. Äh, von Construction, Window 1. Jaja. Hey. Was? Alter! Ja, ja, ja. Nichts. Perfekt, danke dir. Schön. Mach ich schon mal die... Öh, okay. Hier ist nichts Greenforce. Die Single One Construction. One dead. Einer hört sich an wie Office. No, lol. Ah, fick dich, man! Stairs. 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 Ja, und der war... Und der kam aus Office. Hast du komplett recht, Frau? Mäh. Ich werd trotzdem einmal breachen. Wir haben ja eh noch Zeit. Ja. 1,45. Gönnt euch. Letzter. Kann sein, dass es Office ist. Ich hab ein paar Fangen. Gönnt euch. Ich hab ein paar Fangen. Denk haben sie aufgestellt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay. One tap. One tap. One tap. Kuckuck. Hallo. Ja, die hat genau dahin geguckt, wo ich aufgebreached hab. Wie geil die nochmal mit... mit der Stirn gegen den Türrahmen gedammert ist. Ja, ja! Das hat mich auch gerade gefährt. Und so. Du. Ja. Ja. Oh, dass ich mich geholt habe vom Spawnpeaker, ne? Ja, deswegen spawne. Am besten niemals spawne auf der Seite. Das, äh... Habe ich auch mir jetzt abgewöhnt. Ich kann einfach rechts rum gehen. Nee, auch. Dann kannst du gespawnt werden. Genau. Deswegen... Am besten gar nicht auf der Hauptseite starten. Jetzt. Es sei denn, du gehst halt Richtung Garage. Richtung Garage ist vollkommen in Ordnung. Aber nicht Richtung Office Ex... äh... also Richtung Exit Parking. Ja. Da bist du ein gefundenes Fressen. Weil da... die haben Visual. Äh... da bist du ein gefundenes Fressen leider. Wo spinni? Also ich gehe von oben aus. Also Bedroom ist frei? Ja, Bedroom hier. So weit bin ich auch. Die TV auch. Die sind unten. Oh, scheiße. Dann sind die eiskalt unten. Yes. Ja, okay. Ja, ich bleib mir trotzdem auf Papi Tau. Ähm... fuck. Ähm... soll ich irgendwas zum Aufbreach mitnehmen? Aber Roam alle, oder? Sieben Location Location. Weiß ich, wo hast du denn eine Cam denn? Da. Okay, es ist ein... Maybe nochmal Spawn Peaks vielleicht? Ja, ich versuch über den Tunnel rein zu gehen. Witzel, 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 witzel. In, äh... Ah, okay. Ich weiß wo. Äh... Wollen wir mich verarschen? Kein Spawn Peaks hier? Hm. Hey, come on! Wie die in der Elo aber auch teilweise treffen, das nervt mich. Seid ihr noch da? Ja. Oh, hab einen. Was? Da war aber noch einer an Bar. Hä? Ich seh sie halt auch nicht! Im Tunnel, oder? Ja. Im Tunnel haben wir eine Valkyrie. Kommt, Oli! 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 Oh, Mann! Ja, ich war in der Cam in dem Moment wieder. Das ist so unlucky. Äh... Garage. Geht wieder hoch. Geht wieder zu den Anstas. Was? Alter, ich stelle mir zwei nicht vor den Füßen eben. Ja, pass auf im Tunnel, Valkyrie. Valkyrie. Bleed. Ist clear. So, so geht's auch. Anglutschko. Spot clear. Äh, zumindest. Ja, warte. Ich will eben kurz Stock, äh... Drop App hier? Ne, ne, nicht jetzt so schnell vorgehen. Ich drohne gerade. Ja. Ihr beide drohnt. Stock ist frei. Launch ist frei. Pack aber trotzdem meine... Cam hier hin. Ne, wir noch im Tunnel. Ne, auf Elsad. Gieß es. Ich bin Blue bei dir. Loll. Loll, Alter. Ah, die war direkt an der Dorn, ne? Ja, ja. Ich habe jetzt Eiskalt, zwei Mäsche, jetzt nicht einen Kill, ne? Doch, im letzten. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das war's schon. Ja, das war's schon. Achso, ich dachte, er kommt. Ja, nö. Ja, Leute. Dann war's auch wieder mit dieser Map. Äh, über einen Daumen hoch, einen Kommentar würden wir uns freuen. Checkt auf jeden Fall nochmal die Videobeschreibung ab. Da sind die Kanäle von Ares verlinkt, YouTube und Twitch. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mit noch mehr Kills. Hoffe ich doch. Bis dann, ne? Bye, bye. Tschüssi!